Ja, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von The Walking Dead. Wir sind aus dem... Hey, Glenn. Ja, jetzt kann ich meinen Satz vollenden. Wir sind gerade aus der Apotheke abgehauen, wurden noch einmal kurz aufgehalten, aber jetzt sind wir Gott sei Dank hier gut. Und jetzt können wir ja mal ein bisschen überzeugungsvolle leisten. Anyway, see you around. Gut, eine Person ist weg und ich müll mich jetzt bitte mit... Hey, kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true, but after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are going to be just fine. Thanks, Kitty. You got it. Ich würde den Typen da vorne gerne einfach mal einen aufs Maul hauen, der uns auch aufs Maul gehauen hat, aber ich komme anscheinend erst mal zu der hier. Wie geht's dir, Carly? Ich bin okay. You know, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich kann nicht mehr Gedanken über Dug. Wir können ihn nicht schützen, können wir? Ich glaube nicht. Es passiert ziemlich schnell. Ich weiß, es ist dumm. Wir haben einfach nur ein... Und er war so ein... Es ist nur, dass ich ihn mag. Well, ich bin sicher, dass er auch du magst. Er besser hat. Ich verstehe, ich glaube, ich würde gerne sein, ich denke. Ich verstehe. Wait, Lee? Was ist es? Wie hast du dich wählt? Wir beide brauchen dich. Du hast mich. Ich wollte dich beide. Aber du hast mich erst. Ja, ich habe. Ich wünsche mir einfach, dass wir beide es geschafft haben, du weißt? Ich auch, Carly. So, dann gehen wir nochmal mit unserem Mädchen oder unserer mittlerweile Ziehtochter eigentlich reden. Oh, und dann... Hey, Duck, du willst du es für einen Moment? Okay, sorry. Ich verstehe, ich verstehe, dass es nicht viele Kinder hier gibt. Nein, es ist nicht das. Es ist... Ich wurde wieder aufgerissen. Ich war da, aber... Ich bin da, und mein Walkie-Talkie broke. Glenn hat den anderen. Ich bin da, und ich bin da, und ich bin da. Oh, ich bin da. Danke. Ich weiß, dass ich schwierig sein muss. Ich bin nur teufl. Ich weiß, dass es nicht mehr Sinn macht. Aber das ist wie ich, wenn ich zu sprechen mit meiner Mami und meinem Vater. Und jetzt werden sie weg. Es ist weg. Vielleicht können wir uns auch noch ein anderes finden. Ich glaube, ich möchte das nur noch ein bisschen halten. Lee, komm hier für einen Moment. Hm. Let me go deal with this. Oh man! Clementine! Another thing! What do you want? You like my daughter? Yeah, she's great. Well, stay the fuck away from her. Or what? Or, uh, everyone will know that you, Lee Everett, are a killer. And you were before it was something you had to do to stay alive. I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, heh, you watch your ass. Hey, Lee, do you have a second? Fuck you, asshole. Oh my kurz. Let's do it again. My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead because of me. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motoring's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars and keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know guys, I think it's going to be okay. I think we'd be fine if we survived the walkers. Never expected it would stop us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, honey. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Derry. It's beautiful. I never did thank you for saving duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me, especially in beds. He's fucked with us! Now we're gonna take moving on! There's too many of them! Ah! Ah! You've never liked my death! Even back at the drugstore, whenever we thought, Teddy's pit was a bit! You went out of your way to fight against him! What's happening? No more, please! No more, please! Please, please! Ah! Ah! Ja, ich würd sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ich werd euch dann... Okay. Ähm... Ich werd euch dann in... Episode 2, sobald diese dann draußen ist, weitere... Let's Plays von The Walking Dead zeigen, denn ich will ja wissen, wie es weitergeht. Es tut mir leid, dass der Partizier nur so kurz geworden ist. Ich wusste das nicht, dass es dann gleich vorbei ist. Aber ich schneide es jetzt auch nicht an den anderen dran. Die acht Minuten sind dann einfach so kurz rum, beziehungsweise knapp neun Minuten. Und wir sehen uns dann in meiner nächsten Let's Plays wieder. Also haut da rein, bis dann.